Ja, herzlich willkommen hier auf dem Caravan Salon in Düsseldorf in Halle 13 bei der Firma Lilje. Mein Name ist Kai Zimmerle, ich bin der verantwortliche Verkäufer hier bei Lilje. Firma Lilje, wir sind Systemlösungslieferant im Bereich Wasser, Licht und Energie. Und ich möchte jetzt hier auf eine Systemlösung von uns eingehen, unser sogenanntes Entleerungssystem Grau-Gelb. Ja, wir haben hier ein ganz tolles Exponat und ein Beispiel, das das Ganze verkörpert. Und zwar sieht man hier einmal unser elektrisches Kugelhahn-Ventilsystem, ferngesteuert aus Kunststoff. Das heißt, hier ist schon so ein Ventil, hier oben drauf ist der Motor, der über einen Schalter dann, wie man es hier auch einmal sieht, angesteuert wird. Zeig nochmal den Schalter. Bedeutet, ich kann nachher ganz schnell, einfach und komfortabel meinen Grauwassertank, meinen Abwassertank, aber auch meinen Trinkwassertank, wir haben hier Trinkwasserzertifizierte Materialien, kann ich hier per Knopfdruck ganz einfach bedienen und dann auch entleeren. Wir haben hier bei der Kunststoffvariante unser patentiertes Blob-Stop-System. Das heißt, ich möchte jetzt einmal demonstrieren, wir haben in unseren Rohren immer diese Nuten drin, immer doppelt versetzt mit einem entsprechenden Ohrring, wo ich dann hergehen kann, ganz schnell und einfach mir mein System, wieder eine Systemlösung, zusammenzustecken. Genau, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Rohrlängen. Wir haben hier entsprechende vorkonfektionierte Varianten, beziehungsweise Längen in dem Fall, wo man dann über auch Verbinder, 90 Grad Winkel, 45 Grad Winkel, hier die Möglichkeit hat, sich diese elektrische Entleerungslösung individuell zusammenzustellen. Ganz neu haben wir hier dazu, das sieht man dann, ist hier einmal abgebildet, das ist jetzt hier unsere Lösung 40 mm XL, hat oder Unterschied hier gegenüber der Lösung, die wir uns gerade angeschaut haben, ist, dass man hier nochmal eine noch schnellere, noch leichtere, noch kompaktere Entleerungsmöglichkeit hat, wo auch dann entsprechend die Durchflussrate erhöht wird. Ja, unser Entleerungssystem Grau-Gelb eignet sich auch ganz toll dazu, das bei sich im Fahrzeug entsprechend nachzurüsten oder auch umzurüsten, je nachdem. Es gibt folgende Möglichkeit, wir haben hier einmal eine Verschraubung, wo man dann hergehen kann an der tiefsten Stelle im Tank, über 1,25 Zoll, dass man das in seinen Tank einschraubt. Ich demonstriere das einfach mal geschwind so nach, ich wäre jetzt hier in meinem Tank drin und habe dann hier die Möglichkeit, auf der Gegenseite über mein Blob-Stop-System wieder mein Rohr, wie gesagt, die individuellen Längen, je nachdem, was man benötigt, hier einzustecken. Eine weitere Option oder eine Möglichkeit ist, möchte ich euch hier im Katalog zeigen, ist unser elektrisches Kugelhahnventil für den Tank-Direktanschluss. Ist einmal hier abgebildet, bedeutet, wir haben hier das Verschraubungsset mit inklusive Dichtungen, um das von unten und vom Tank innen einmal fest zu verschrauben, wo dann unser elektrisches Kugelhahnventil unterhalb vom Tank angebracht wird. Kann man dann auch wieder entsprechend weitergehen, über 90 Grad Winkel beispielsweise, ums Eck gehen, je nachdem, das ist natürlich dann jeder Situation selbst geschuldet, genau, wo man das sich aber so dann individuell zusammenstecken kann. Ja, bezüglich dem Preis hier von den Einzelkomponenten sprechen wir hier so um die 150 Euro von so einem Set. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar hilfreiche Tipps und Tricks auch hier zu unserem Entleerungssystem Graugelb zeigen und geben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sofern noch weitere, oder sofern es weitere Fragen gibt, können Sie uns auch jederzeit gerne auf unserer Internetseite begrüßen und besuchen. Entschuldigung, wir begrüßen Sie dann aber gerne unter www.lili.com. Da finden Sie dann auch, wie gesagt, weiteres Infomaterial rund um unsere Systemlösungen. Gerne dürfen Sie auch jederzeit eine E-Mail schreiben und oder uns auch persönlich bzw. telefonisch kontaktieren. Vielen Dank.